Wenn Gott Mensch wurde in Jesus Christus, wie kann es dann sein, dass im zweiten Gebot gefordert wird, du sollst dir kein Bild von Gott machen? Ist das kein Selbstwiderspruch? Und vor allem, warum ist dann im mystischen Leib Christi in der heiligen katholischen Kirche die Verehrung von Bildern und Figuren und Idolen so stark ausgeprägt, wenn wir uns kein Bild machen dürfen, vor allem kein Bild von Gott machen dürfen? Nun zunächst einmal zu dem Einwand Nummer 1. Der Dekalog, insbesondere das Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, Exodus 20, 4, zielt darauf ab, Götzenverehrung und die falsche Vorstellung von Gott als ein geschaffenes Wesen zu verhindern. Gott ist unsichtbar, unbegreiflich und darf nicht auf ein menschliches Bild oder eine geschaffene Form reduziert werden. Wir erinnern uns an die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Da wurde doch genau das getan. Da wurde nicht sich vor dem goldenen Kalb niedergeworfen, da wurde das goldene Kalb selbst als Ersatzgott angebetet. Und da wurde tatsächlich die Figur des goldenen Kalbs vergöttlicht. Das bedeutet, wir haben es hier mit einer Vergöttlichung der Figur zu tun. Doch Jesus Christus ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In der Menschwerdung Christi wurde Gott nicht zu einem Bild, sondern Gott selbst nahm menschliche Natur an, ohne seine göttliche Natur aufzugeben. Der unendliche, ewige Gott ist Mensch geworden, um die Menschheit zu erlösen. Dies widerspricht nicht dem Gebot, da die Inkarnation keine Reduktion Gottes auf ein bloßes menschliches Bild ist, sondern eine einzigartige und göttlich gewollte Selbstoffenbarung Gottes in der Geschichte. Die Menschwerdung ist kein Problem im Hinblick auf dieses Gebot, da die Menschheit Jesu ein Mittel der Offenbarung ist und keine bloße Darstellung Gottes. Jesus selbst sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater, Johannes 14, 9. In dieser Aussage wird verdeutlicht, dass Jesus nicht einfach ein menschliches Bild Gottes ist, sondern Gott selbst im Fleisch. Jesus wurde also tatsächlich Mensch. Er ist Gott immer schon gewesen und es war Gottes freie Entscheidung, in die menschliche Natur zu kommen. Das Gebot, kein Bildnis von Gott zu machen, betrifft die Anbetung von Götzen, aber nicht die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Jesus als das Bild, in Anführungszeichen, des unsichtbaren Gottes ist die authentische und göttlich gewollte Offenbarung Gottes selbst, was nicht gegen den Dekalog verstößt und auch nicht gegen die alttestamentliche Offenbarung selbst. Denn die ganze alttestamentliche Offenbarung selbst ist auf Christus hin ausgerichtet. Denn der Herr Jesus Christus ist es, der angekündigt wird, als der Messias, der auch gleichzeitig Gott ist. Der wird angekündigt in Jesaja 53, der wird angekündigt in Zechariah 12, der wird angekündigt in Jeremia 31. Die Propheten spiegeln also vor auf das, was kommen wird. Der alte Bund, der wird ersetzt werden durch einen noch viel größeren Bund. Und dieser viel größere Bund ist das Größte, das es überhaupt jemals gegeben hat und jemals geben kann. Dass Gott selbst Mensch wird, dass Gott selbst einer von uns wird, um uns mit ihm zu versöhnen. Das ist die größte Liebesbotschaft überhaupt. Und was die römisch-katholische Kirche anbelangt. Den Juden war es im Rahmen des alten Bundes verboten, Bilder, Idole zu haben, mit wenigen Ausnahmen. Die Versuchung, das Bild zu verehren, war nämlich für sie stark. Und dieses ist es, was hier bekämpft werden sollte. Wenn Gott, der Sohn, inkarniert und zum Ausdrucksbild des unsichtbaren Gottes wird, Hebräer 1, 3, haben wir vom alten Bund zum neuen Bund hin eine Änderung der Beziehung von uns Menschen zu Gott und dann auch die Beziehung zu Bildern, die sich verändert. Das Verbot von Bildern wird hier als vorläufig gesehen, bis das wahre inkarnierte Bild Gottes erscheint. Bilder sind jetzt zulässig, da Gott selbst zu einer Art Bild in Christus geworden ist. Das ist keine Götzenanbetung, denn Gott selbst ist Fleisch geworden. Das wurde durch die Propheten vorher weiß gesagt, dass der neue Bund kommen wird und der neue Bund wird erfüllt in Christus dem Herrn. Das ist es. So sind unsere Bilder von Gott jetzt eher Fenster in seiner Inkarnation als Fruchtbarkeitsbilder, Erfindungen unserer Vorstellungskraft oder Idole. Was ebenfalls wichtig ist, in 1. Könige 6 zum Beispiel finden wir in der Herrschaft Salomos, im vierten Jahr der Herrschaft Salomos über Israel, dass hier das Haus dem Herrn gebaut wurde. Das heißt, dass hier ein Tempel errichtet wird. Ein Tempel, der ebenfalls mit Gold ausgestattet wird, der ebenfalls prunkvoll ist, so wie es die Kirchen sind. Und das ist prunkvoll, nicht weil der Prunk angebetet wird. Nicht Mammon ist das Bild, das angebetet wird. Nicht Mammon ist das Idol, sondern der Raum des Tempels ist im Grunde nur eine Vorspiegelung auf das hin, was noch viel herrlicher ist, nämlich die Herrlichkeit Gottes, nämlich der Himmel, nämlich Gott im Himmel. Und ihm zu Ehren werden solche Expressionen überhaupt erst gemacht. Und deswegen ist die Kirche auch kein sündiges Mammon-Projekt, wenn wir diese prunkvolle Gestaltung sehen, sondern zu Ehren Gottes da. Denn was wir immer sagen müssen ist, wir verehren keine Bilder. Wir sehen durch sie den geborenen Gott und seine Heiligen, die auch Bilder Christi sind. Das bedeutet, die Heiligen sind quasi ein Spiegel auf Jesus Christus hin. Und wenn wir eine Figur von Maria sehen und davor beten, dann treten wir in einen Dialog zu Maria. Wir beten sie nicht als Gott oder als Göttin an. Wir huldigen ihr nicht, wie wir es bei Gott tun, sondern wir verehren sie als die Mutter Jesu. Wir drücken unsere Liebe zu ihr aus und unsere Beziehung zu ihr. Maria ist dabei unsere Interzessorin, unsere Fürsprecherin und hat eben einen hohen, zentralen Platz und Rang im Heilsplan Gottes. Wenn wir uns Bilder auf unseren Altar stellen, wie Abbilder des Apostels Paulus. Ich habe zum Beispiel zahlreiche Bilder von den Aposteln. Von Paulus habe ich Figuren, von der Jungfrau Maria. Ich habe Kruzifixe hier hängen. Ich habe auch Bilder von Päpsten wie Pius X. Ich habe einen reichen Altar. Und das sind Dinge, die tatsächlich meine Wertschätzung und meine Ehrfurcht ausdrücken. Aber ich bete diese Bilder nicht an. Ich verdeutliche mir durch diese Bilder, was Gott hervorbringt und was Gott durch seine Kirche eigentlich mit uns macht. Wenn ich mir ein Bild von Pius X. ansehe, dann bekomme ich Ehrfurcht, weil ich weiß, dass das ein Mann Gottes gewesen ist. Und was tatsächlich Menschen imstande sind zu tun und imstande sind zu leisten, wenn sie wirklich Männer Gottes oder Frauen Gottes sind. Wenn ich mir eine Statue von Maria ansehe und das Gegrüßet seist du Maria bete, dann verehre ich nicht eine Statue von Maria, sondern dann kommuniziere ich mit der Mutter der Kirche, mit Maria, die meine Fürbitten tatsächlich zu Gott trägt und die mir zuhört, die mir Gehör schenkt. Das hat nichts mit Götzenanbetung zu tun und das ist auch kein Bruch des zweiten Gebots des Dekalogs. Das bedeutet, hier muss man gesund differenzieren, dann kann man auch zielführend darüber diskutieren.